Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 70 auf. Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP betreffend europäische Vergemeinschaftung der Einlagensicherung. Ohne Aussprache ist vereinbart. Wir stimmen direkt ab. Wer dem Dringlichen Antrag seine Zustimmung gibt, bitte schon das Handzeichen. Das ist CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? – Die FDP. – Damit ist der Dringliche Antrag beschlossen.